Die Verheißungen Gottes sind genial. Seine Segnungen, die er uns verspricht, sind grandios. Und dennoch erleben sehr viele Christen in den deutschsprachigen Ländern etwas, als ob eine Trennung, eine unsichtbare Wand zwischen ihnen und diesen Segnungen Gottes zu sein scheint. Da ist etwas, eine Blockade, die verhindert, dass diese Segnungen, diese Versorgung Gottes in ihrem Leben Realität wird, sich manifestiert. Da ist etwas dazwischen, eine Blockade, eine Barriere, irgendwas Unsichtbares, was verhindert, dass die längst empfangenen Segnungen, Versorgung, Heilung, alles was man sich überhaupt nur vorstellen kann an dem Segen Gottes, dass das blockiert ist. Und sie kämpfen mit komplexen Situationen und Schwierigkeiten und sind immer so am Ringen mit irgendwas und sagen, wie kann es sein, dass das, was Gott mir eigentlich versprochen hat, nicht durchkommt. Und diese dämonischen Blockaden, diese Mauern, diese Trennungen, die sind etwas, was in Angriff genommen werden muss, damit der Segensfluss freigesetzt ist in dein Leben. Und weil wir merken, dass sehr, sehr viele Menschen sich mit diesem Problemfeld beschäftigen, hat der Herr uns aufs Herz gelegt, dass wir im November 2018 zu einem nach unserem Dafürhalten sehr strategischen Zeitpunkt eine Konferenz ausrufen. Eine Konferenz mit dem Namen Durchbruch, wo also tatsächlich es um einen Durchbruch von dieser Mauer, dieser Trennung geht. Und wir wollen das in einer prophetischen Zeichenhandlung auch umsetzen, also richtig optisch, im Natürlichen etwas durchbrechen als Zeichen. Wir haben hier einen Durchbruch und wir erwarten, dass in deinem Leben Dinge sich verändern und Segnungen und Gebetserhörungen freigesetzt sind, mit denen du vielleicht schon lange, lange schwanger gehst und wo du eigentlich möchtest, dass das in deinem Leben hervorkommt. Und wo irgendwie es wie aufgehalten ist. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Wir müssen hineinkommen in eine Situation, wo die Segnungen, die Gott uns geben will, die er uns gegeben hat, tatsächlich auch bei uns landen. Und wo nichts, aber auch gar nichts dazwischen stehen kann. Und deshalb wollen wir zusammenkommen zu dieser Konferenz in Rotenburg. Und ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Eintritt ist kostenlos, dass jeder auch die Möglichkeit hat, dazukommen zu können. Aber gemeinsam wollen wir vor den Herrn kommen und wir wollen gegen diese dämonische Blockade, gegen diese Barriere angehen. Ich lade dich herzlich ein, sei dabei und du wirst sehen in deinem Leben, Gott hat wirklich mehr für dich.